Es gab auch so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt der Übergang zu, äh, The War, The Future War, The War and Future, ich vergesse den Titel vom Spiel immer, äh, nicht vom Spiel, sondern vom Film von Amazon Prime. Ich habe mir auch die Tage geguckt, weil for free und warum nicht, und es ist halt einfach nur okay. The War of Tomorrow, dankeschön. Aber ich fand die Aliens sehr gut, also die Effekte und die Aliens waren richtig gut, fand ich. Aber so, dass... Der Plot ist halt ziemlich... ...flach geblieben. Leider. Man hätte ja echt viel machen können. Aber es soll ja keine Filmkritik hier werden. Man kann da wirklich mal abends das Ding gucken, ist halt okay. Ich habe mal gesehen, dass... Ich bin ja gar nicht so, der jetzt zum Beispiel wieder Film-Reviews guckt und habe gesehen, es gibt Reviews irgendwie, die 30 Minuten gehen, wo jemand dich 30 Minuten vollquatscht dann mit dem Film. Und dann denke ich mir einfach, der Film geht zwei Stunden, da kann ich doch einfach den Film selbst gucken schon. Es kostet mich nur eineinhalb Stunden mehr Lebenszeit. Aber jeder wie er meint... Äh, jeder wie er meint... I'm feeling really good! I'll protect you all! I'll destroy everything! I can hit it! I'm feeling really good! You need to suffer alone! Hallo Marv, wüsst' ich. Und raus. Und dass sie die ganze Zeit angezeigt bekommen, dass sie, äh, wenig HP hat, ist übrigens ein Fehler. Ach, der ist über mir. Aber es gab ja heute erst 3 GB Patch, nämlich genau, als ich hier einen Stream gestartet habe, wie immer. Dann setzt man sich hin und sagt, ich streame jetzt Scarlet Nexus weiter und was ist? Da hast du direkt, äh, erstmal wieder ein fettes Update drin. Nehmt du Hilfe? We'll be able to move forward if we use my power, Yurito. So hard to move with all this oil. I'll follow up. I need your help. Yeah, sure. Next one. Next. Go, Yurito. Go, Yurito. Here we go. Do you need help? Which way? You, uh, Yurito. Nein, mach den kaputt. What's this? Oh, yeah. It's down. Give it everything you've got. Yes. It's over. That was brilliant. Oh. Wait on. Not yet. Not yet. One more. Come on. Here we go. Just for this. Not yet. Free ride. Here we go. Here we go. Get for this. Noch mehr? Nein. Äh, kann sein, dass ich den hier vergessen hatte? Bestimmt, ja. So, eben speichern und in den Laden reingucken. Das sind noch so 3-4 Stunden Story. Kaufen. Kampf, Objekte, Waffen. Ah, die hast du schon ausgerüstet. Du müsstest die 5er haben. Das wäre hilfreich. So, keine Zeit. Oh, hör auf, im Weg zu sein. Go! Too close! I can hit it! Come on! Kings Bounty erscheint nächstes Monat. Ja, das konnte ich ja schon mal vor 2 Jahren spielen. Es war ganz cool. Also jetzt grafisch nicht auf der Höhe der Zeit, damals. Und wird auch heute nicht sein. Aber es war ganz cool vom Rumlaufen mit den Helden und dann in den Camp vielleicht das Umschalten. mit seinen Soldaten und die man dabei hat. Also ich freue mich drauf. Kings Bounty wird wahrscheinlich richtig gut und interessant. Oh, Scheiße! Oh, ich hab nicht auf die Sekunden geachtet. Oh, toll, geht der andere mir auf den Sack. っと bleibt blues. Komm mal! Wah primeiro! My fault! Sieg nicht. Dich sånne. Okay. At this rate? Ich kann still fight. Someone's down. This isn't good. No problem. Rest a bit. Ach nee. Ich wollt grad ausweichen. Gott sei dank ey. Na komm, prübel den mal eben. Ja. 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 Jetzt noch mal genau denselben. Nein, stimmt gar nicht. Jetzt noch nicht. Es ist da. Gib ihm alles, was du hast. Er ist da. I saw it. Great job, Sugumi. One more. You lift that one up. Yeah. Be on guard. There. Sonst kommt nix. Ich muss im Moment immer zwischenspeichern. Moment, einkaufen. Aber irgendwie beschenkt mich das Spiel mit ganz schön viel Geld inzwischen. Als ich hier rein bin in die Stage, hatte ich glaube ich 20.000, jetzt bin ich bei 44.000. Kann ja nur ein Boss kommen, jetzt. Kann ja nur ein Boss kommen, jetzt. Ist das Video-File okay? Wir haben alle diese Weise und jetzt keine Signal? Du musst dich schlafen. Da, gut. Gut, sieht gut aus. Es sieht aus wie es kam. Jetzt müssen wir einfach mit Arahibaki verbinden und senden es. Es sieht aus, dass es noch ein Terminal ist. Kann ich den Terminal nutzen? Nein, lass mich das tun. Ich will das selbst tun. Okay, aber be careful. Es sieht aus, dass du gut verbunden hast. Es sieht aus wie der OSF-System. Ich sollte das Video-Date aufladen. Jetzt, um das zu den Augen der ganzen Bürger. Arahibaki kann fürciblich accessen und broadcasten zu allen Bürger. Jetzt diese Daten, die Wahrheit, wird von allen. Man, Frau, jung und alt. Wir wissen nicht, wie jeder reagiert wird. Wir sollten die Wahrheit wahrscheinlich verletzieren. Ja, das stimmt. Ich bin sicher, dass Menschen die Angst haben, dass ich ihnen etwas gesagt habe, was sie nicht wissen wollen. Aber trotzdem, ich möchte alle fragen, wie sie fühlen, nachdem sie die Wahrheit fühlen. Dad, Kaito, ich bin sorry, aber das ist der Weg, ich wähle. Wir haben die Ziele von Yakumo Sumeragi gesucht. Wir haben die Ziele von Yakumo Sumeragi gesucht. Und wir müssen unsere Revenge auf der Mond. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Es sieht nicht aus, dass wir keine Daten von uns senden sind. Die Signale sind hier verletziert. Oh, genau. Die Display sagt, dass sie es senden ist. Wenn jeder neue Himuka-Werstehende sieht das, ich bin sicher, dass es eine große Fuss gibt. Ich bin sicher, dass die Regierung in Chaos ist, auch. Sie werden wahrscheinlich versuchen, sich erst zu schützen. Ich bin sicher, dass sie sich erst zu schützen. Es gibt wahrscheinlich eine große Herausforderung zwischen den Soldaten, auch. Die Begründung von Seiron muss jetzt nicht sein. Wenn die Begründung zwischen dem neuen Himuka und dem Seiron stopt, dann ist das eine Begründung gesucht. Das Video ist ein Catalyst. Ich kann nicht vorstellen, wie die neuen Himuka-Werstehende wird. Unsere nächste Aufgabe ist, wie die Begründung von Togetsu zu verhindern. Wir müssen die Situation anschauen, und dann machen wir unser nächstes Plan. Ich denke, dass wir erst nach vorne gehen müssen. Genau. Andere können auch auch noch kommen kommen. Wir sind hier raus. Keine Bewegung! Uito! Ich bin nicht so schnell! Nicht so schnell! Geh raus. Major General? Korin. Warum bist du hier? Du bist noch immer wieder zu schützen? Du hast noch nicht funktioniert. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Ich könnte euch alle zu einem Asch in ein Moment, wenn ich wollte. Du hast nichts für den Gütern zu verhoben! Du hast nichts zu tun. Du hast nichts mehr Spiel. Es ist nichts mehr zu verhindert. Du kannst ihn nicht verdienen. Du hast nicht. Du hast einen Geist. Und dann hast du ihn? Oder? Dr. Wunder mich für deine Gütern, wenn du eigentlich willst. Warum bist du dir wegen meiner Gütern? Ich muss nicht erklären. Du bist nicht такой. Du kannst dich nicht mehr, meine Psychokinesis. Du kannst dich tackle meinemzaamden. Du musst dich wissen, meine Gütern. Du hast alles so viel, aber du hast da. Du bist hier. Du hast das getan. Toll, der hat noch mehr Stufen mitgemacht. Kennt ihr noch meine Stufe? Ich glaube, ich bin bei... Äh, 44. Ich glaube, der erste Kampfgegen da war der Stufe 50. Ja, ja, ich bin 44. Zwei Tage noch bis Monster Hunter Story 2. Äh, wir haben vorhin darüber gesprochen. Icefog. Heute sind die Tester vorausgekommen. Sehr positiv, nur auf der Switch für den Arsch. Auf der Switch soll es ganz schön durchruckeln. Moment mal. Ah ne, grad macht er seine Eisfähigkeit? Ne, stimmt gar nicht, ist kein Eis. Aber der elektrifiziert ja normalerweise. Deshalb nehmen wir den speziellen Bonusvertrag raus. Und wir machen die... Die isolierte Barriere allgemein. Damit ich den Stahlseffekt geschockt nicht bekomme. Das stimmt. Nichts, crowdspakt. Bist du nicht. Ich bin der Schlacht. Ach, war's, ich bin der Schlacht. Der Schlachter, muss ich nicht. Der Schlachter zu wollen. Nein, no wieder. Nein, nicht. Los geht's, keine Probleme. K je raus. Wobei, der ist leichter zu besiegen als mein, äh, toller Kollege. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Raus hier. Das war's close. I can still hunt. One more. Let's go. I'll follow him. Okay. Move. Move. Someone's down. This isn't good. My body. Das ist aber schlecht. Irgendwas schaust mich so an. Endure it. I feel the power coursing through me. Witness my strength. I feel the power coursing through me. I can still hunt. Hey, is that all you got? Run. I feel the power coursing through me. Schluss raus. Ich denke mal, dass der Kampf auch nicht bis zu dem Ende geht. Also, dass der wieder vorher abhaut. Oder wir vorher abhauen. Oh. Man, that hurt. One more. Das ist irgendwie die beste Möglichkeit, bei dem Schaden zu machen. Nach dem Angriff ausweichen. Sonst kistet er ja kaum wegen den Teleportierungsfähigkeiten. Ja, ja. Er ist so stark. Der number of powers he can use ist unglaublich. You're more tenacious than I thought. I've been around a little. I'm used to fighting now. It's true that you can use many powers, Karin. But you only have one brain. You won't be able to keep up against so many. Things will not go your way for long. Just stop this. I don't want to fight anymore. Who do you think you are? You haven't won yet. Choose your words carefully. There's no way that you can defeat me. This place is my domain. What? Am I being invaded? What's going on? My body. I can't use my power. This cable. Did it come from Araha Baki? Looks like I'm in. Karin, what are you doing? My head. What is this? I feel like... I know this. It's just like when my power resonated with Kasanes at the Kunad Highway. I... Yuito! What's wrong? Has his brain been eaten away? To the point where he can't talk? Ist Ara Habaki kontrolliert mich? Ich kann jemanden fühlen, aber... Wer ist das? Meine Macht aktiviert auf seine eigene. Das ist nicht gut. Ich kann es nicht stoppen. Kann das sein, was er nachher ist? Okay. Mal versuchen das wieder. Alice. Er ist weg. Er muss sich teleportieren. Nein, das war... Er kam hier, um durch die Zeit zu gehen. Uito, bist du okay? Was ist das? Ich... Äh... Was war ich? Ich überlege gerade, ob das 10 aus dem Spiel... Ich ziehe ihn aus dem... ... aus dem Anime. Aber anscheinend ist er eine Vergangenheit gelöscht. Was ist das? Was ist das? Wobei an so ein paar 10... Ach doch, an die 10 erinnere ich mich auch noch. Die Dame, die uns damals kontaktiert hatte. Lass mich raten, das wird mein Zukunfts-Ich sein. Wo bin ich? Hallo? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht... ... warum ist das? I'm sorry. Explaining will take too long. Just let me put this on you. You have to live. No matter what. Ka... ka-sa... ne? I... I don't... understand. It doesn't... make any sense to me. It's Dad. Na... Nagi. Yuito. 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 They're calling... to me. Yuito. 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 Yuito! That's right. I have... to get back to them. To all my friends. They're waiting. I know they are. Huh? Mom? What's this? It's you, Mom. Yuito. Yuito. I remember. I remember her smile. It's a memory... That brings me such comfort. I'm so glad... I'm so glad... To have it back. You're gonna make it black. Let me see you back. No matter how smart. Vielen Dank.